Schätzungsweise 13 Prozent der deutschen Familien leben als Patchwork-Familien. Unter Patchwork-Familien versteht man dabei Familien, in denen sowohl Kinder aus einer früheren Beziehung leben, als auch Kinder, die dann aus der gemeinsamen Partnerschaft entstanden sind. Ich freue mich, dass ich heute mit zwei Gästen über dieses Thema sprechen kann. Am Ende folgen auch ganz viele Tipps, wie das Zusammenleben in so einer Patchwork-Familie gut funktionieren kann. Und damit begrüße ich euch herzlich zu einer neuen Folge des Rossmann Babywelt Podcasts. Ja, herzlich willkommen, Alex und Rieke. Ihr seid heute unsere Gäste. Ihr lebt selber auch in einer Patchwork-Familie. Vielleicht mögt ihr euch selber noch mal kurz vorstellen. Hallo, ich bin Rieke. Ich bin 33 Jahre alt. Das ist... Alex, 42 Jahre alt. Und wir leben mit drei gemeinsamen Kindern und einem Kind, das mein Mann mitgebracht hat, zusammen in unserem schönen Zuhause. Ja, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute dabei seid. Wir wollen uns heute über Patchwork-Familien unterhalten. Und sowohl ihr als auch wir leben ja als Patchwork-Familie. Erzählt doch mal euren Weg dahin. Also wie ist das alles entstanden, dass ihr überhaupt jetzt so zusammenlebt, wie ihr zusammenlebt? Da kommt mir als erste Szene, kommt mir in Erinnerung, wie mein Sohn damals mit ungefähr zweieinhalb Jahren, ja fast drei Jahren, ähm, die Rieke mit einem Besen über die Straße vor unserem Haus verfolgt hat. Das war, glaube ich, so der erste Moment, wo die sich so richtig kennengelernt haben, ähm, ohne dass da ein großer Zeitraum vergangen ist zwischen dem Moment, als wir uns als Person, als erwachsene Person kennengelernt haben und mein älterer Sohn dann auch die Bekanntschaft von Rieke gemacht hat. Also das waren, glaube ich, nur Wochen, wenn überhaupt. Ja, wir waren ja auch Nachbarn. Wir haben ja genau gegenüber, äh, gewohnt. Da ich ja der Hausmeister, äh, von, ähm, Rieke war, ich war damals im Studium, bin mit meinem Sohn damals in eine Wohnung in dem Haus eingezogen, ähm, die mein Chef mir zur Verfügung gestellt hat. Und war dann auch verantwortlich für die Wohnungsbesichtigung. Und die Rieke wollte damals eine WG gründen, direkt in der Wohnung gegenüber. Und dann bin ich zu meinem Chef hingegangen, hab gesagt, diese WG, die muss gegründet werden. In dieser WG habe ich dann aber nicht lange gewohnt. Alex, du hast vorhin gesagt, ähm, dass dir da die Szene einfällt mit dem Besen. Warum hat er sie mit dem Besen verfolgt? Das war, war einfach eher spielerisch. Ähm, Rieke hatte mit ihm rumgealbert und er hatte einen Besen genommen und hat sie dann über dem Bürgersteig gejagt, ähm, im Sinne von Fangenspielen war das. Aber da kanntet ihr euch schon quasi und wart schon so am Anbandeln oder war das davor noch? Da haben wir schon miteinander angebandelt. Ähm, das war relativ zeitnah, nachdem Rieke damals die WG gegründet hat, ähm, hat sie dann bei mir angeklopft. Und dann hat er darum gebeten, dass ihr doch beim Streichen einer Wand helft. Äh, ja. War das schon Vorwand? Nein. Vielleicht. Ja, sehr schön, sehr schön. Aber was für eine schöne Situation, ne? Was, also was ihr da gerade schildert, ist ja eigentlich ideal. Also, dass man sagt, es ist nicht dieses, ähm, ja, ich hab da jemanden kennengelernt und guck mal, das ist jetzt die Rieke. Und mal gucken, ob ihr irgendwie miteinander klarkommt, sondern irgendwie über so spielerisches, äh, Kontakt aufnehmen. Das ist ja gerade irgendwie schön, finde ich. Also, bei uns war ja auch die Situation, dass wir uns tatsächlich über meinen Bonussohn kennengelernt haben, ähm, 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 quasi wir miteinander, äh, im Urlaub gespielt haben. Und er dann darauf bestanden hat, dass wir die letzte Spielrunde nach Rückkehr austragen. Und mein jetziger Mann und ich haben uns ja tatsächlich verabredet, um diese letzte Spielrunde auszutragen. Und er war dann halt nur zufällig dabei, so ungefähr, ne? Weil er ja der Vater war. Und es war auch tatsächlich bei uns so, dass wir am Anfang uns beide erzählt haben, dass wir eigentlich überhaupt keine Beziehung wollen, gerade weil wir total glücklich sind. Und, ähm, ein Partner kann das alles nur wieder schlechter machen. Ähm, und dadurch war so eine Entspannung da, ne? Weil für das Kind war ich halt einfach die Freundin, ähm, die er quasi zu sich bestellt hat und die ich dann auch immer wieder sein konnte. Also er, er hat dann immer wieder gesagt, können wir die wiedersehen, können wir die wiedersehen? Und, ähm, das ist ja auch so über so einen spielerischen Weg, ne? Und ich finde, das erleichtert es so, als wenn man, ähm, ja, hätte sagen müssen, okay, ich hab jetzt einen neuen Partner. Ähm, wie reagiert denn mein Kind? Ähm, das über so eine spielerische Art und Weise ist, glaube ich, ideal. Oder habt ihr das nicht so empfunden? Doch, auf jeden Fall. Und, ähm, er war ja auch nicht immer da. Er ist dann alle zwei Wochen dann gekommen. Und, ähm, dann hat man halt immer mehr Zeit miteinander verbracht. Und aber nicht irgendwie so gezwungen. Was damals auch ganz hilfreich war, dass wir relativ zeitnah, nachdem Rieke und mein Sohn sich kennengelernt haben, den dritten Geburtstag, also den Kindergeburtstag gefeiert haben. Und dann haben wir da ein riesiges Spektakel mit meinen damaligen Mitbewohnern auch noch in der, in der Wohnung veranstaltet. Ähm, und das war dann wirklich, glaube ich, nochmal so ein Moment, ähm. Da habe ich alles gegeben. Ja. Das heißt, du hast richtig, äh, dich beworben, ne? Ich habe mich quasi beworben, ja. Genau, mit Schminken und Schatzsuche und allem drum und dran, was man so braucht. Ja. Wie, wie ging's dir denn als, als Frau, die quasi einen Mann kennenlernt, der schon ein Kind hat? War das für dich ein Problem am Anfang? Nee, gar nicht. Mhm. Also, eher für meine Familie. Ich war noch sehr jung, ich war 21 und, ähm, noch nicht mit meiner Ausbildung fertig. Und dann habe ich einen Partner gehabt, der schon einen Sohn hatte, plötzlich. Und selber noch im Studium steckte. Und selber noch im Studium steckte und alles so nicht gefestigt irgendwie. Aber ich, für mich war das überhaupt nicht schlimm. Ich fand das spannend und toll und schön und, ja, kam mit dem, mit dem Großen ja auch gut zurecht. Und doch. Wir haben uns auch relativ wenig darüber unterhalten. Also, wir haben gar nicht darüber diskutiert, über irgendwie Vorstellung, wann, wie und wo, sondern das hat sich immer alles so ergeben. Wir haben so in den Tag hineingelebt halt, ne? So in die, in die Situation, ne? Also, das heißt, für dich war das auch nicht Thema, äh, zum Beispiel jetzt diese Vorstellung, ähm, ich hab schon ein Kind, ich geh eine neue Beziehung ein, ähm, wenn da dann weitere Kinder dazukommen, was ist eigentlich, wenn das auch wieder scheitert, ähm, war das für dich dann schwieriger, quasi wieder an eine neue Partnerschaft einzugehen, wo schon ein Kind da war? Du hattest ja erzählt, dass ihr damals miteinander eigentlich eher besprochen hattet, dass ihr nicht unbedingt etwas Festes momentan eingehen wollt. Und das war bei mir eigentlich eher genau andersrum. Ich war nach der Trennung von der Mutter des Ältesten, hab ich halt dann so als Teilzeitalleinerziehender Vater, bin ich dann halt so im Leben unterwegs gewesen. Und für mich war immer klar, dass ich die nächste Beziehung, die ich eingehen will, das muss schon mit dem Wunsch, dass es was Festes ist halt. Und, ne, man ist halt da so über die Spielplätze getingelt, hat ganz viel Kontakt mit alleinerziehenden Müttern gehabt, die das ganz toll fanden, dass man sich so um den Sohn gekümmert hat. Ich glaube, da hätte man viele, viele, viele Dates irgendwie haben können, wenn man da irgendwie engagiert war. Aber als ich Rieke kennengelernt habe, habe ich damals relativ schnell am Anfang gesagt, du, ich mag die. Aber für mich ist ganz klar, dass ich mich nur darauf einlassen kann, wenn es halt wirklich eine feste Beziehung ist. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass ich da einfach halt ein Kind hatte und vielleicht auch der Wunsch da schon eine Rolle gespielt hat. Ich habe gesagt, ich möchte jetzt nicht meinem Kind etwas aus meinem Leben verheimlichen und auch nicht ständig irgendwelche neuen Partnerinnen vorstellen oder sowas halt. Also ich glaube, das wäre... Weil die Situation ja eh schon kompliziert genug war für, für das Kind. Und da will man ja dann irgendwie für eine Konstante sorgen, denke ich. Und hattet ihr dann auch gleich gemeinsame Kinder im Kopf? Also ihr habt ja gerade schon gesagt, ihr habt euch nicht so richtig darüber unterhalten. Aber es war schon so eine Option und ihr seid dann ja auch Eltern geworden von drei weiteren wunderbaren Kindern. War das schnell Gesprächsthema oder hattet ihr da auch Ängste und Sorgen, gerade weil schon ein Kind da ist in Bezug auf dieses Kind? Wie ist das bei euch gewesen? Also das stand ziemlich schnell im Raum, würde ich mal sagen. Also ich für mich kann sagen, ich habe immer gesagt, ich will später mal vier Kinder haben. Das stand für mich ganz, ganz früh fest. Die habe ich jetzt quasi. Und nee, das ging sehr schnell, dass wir gesagt haben, wir wollen gemeinsame Kinder. Hat dann auch schneller geklappt als geplant. Ja, genau. Wie alt war dann der Größte, als dann euer erstes gemeinsames Kind kam? Vier. Wie war das für den? Wie habt ihr das empfunden? Wie war das für euch, dann quasi als neue Familie zusammenzuwachsen? Das war schon komplizierter. Also gerade für den Ältesten, da der ja zwischen unserem Zuhause und dem Zuhause der Mutter immer hin und her gewechselt ist. Das war für den schon eine Herausforderung. Das hat man auch gemerkt, dass da auch eine Eifersucht eine Rolle gespielt hat. Weil unser gemeinsamer Sohn, der durfte halt die ganze Zeit bleiben und mein ältester Sohn war halt derjenige, der immer wieder wechseln musste und dann auch wieder gehen musste. Also er hatte bei uns immer ein Kinderzimmer. Auch als er am Anfang immer nur für ein verlängertes Wochenende da war, hatte er immer sein eigenes Zimmer. Das war uns auch immer wichtig, dass wir gesagt haben, das wollen wir zur Verfügung stellen. Aber es gab schon, wie soll man das nennen, Animositäten gegenüber unserem ersten gemeinsamen Sohn. Also das war schon so, dass da viel Potenzial da war. Was will der jetzt eigentlich hier und der ist doof. Also das hat auch einige Zeit gedauert, bis sich das gelegt hat. Also es ist ja auch generell so, dass das ja auch in Familien, wo einfach das zweite Geschwisterchen kommt, das auch Thema ist. Aber ich glaube tatsächlich auch und so haben wir das auch wahrgenommen, dass wenn es eben dann auch noch dazu kommt, dass es eben nur ein Halbgeschwister ist, die Schwierigkeiten einfach größer sind. Also wir haben das auch so empfunden, dann auch dieses, ich kriege gar nicht alles mit, weil ich unter Umständen erst wiederkomme, wenn der nächste Entwicklungsschritt beim Baby passiert ist. Das war bei uns zum Beispiel Thema. Dass er dann kam und sagte, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Und also das war bei uns auch immer wirklich schwierig. Oder auch dieses Gefühl, okay, jetzt muss ich teilen. Ich muss jetzt einfach teilen. Und das finde ich insbesondere dann schwierig, wenn eben die Lebenswelten auch so unterschiedlich sind. Also wenn dann zum Beispiel bei der Mutter kein Geschwisterchen kommt. Also das ist dann ja auch nochmal eine Wahnsinnsumstellung von, ich bin ganz alleine und jetzt muss ich plötzlich teilen. Habt ihr das auch so gehabt? Gab es bei der Mutter dann da auch irgendwann Geschwister oder ist das da auch, irgendwie ist er da alleine geblieben? Also es gab irgendwann dann auch ein Geschwisterchen, aber sehr spät. Also wir haben, lange Zeit war es so, dass er dort halt noch ein Einzelkind gewesen ist. Ich glaube aber, dass das wirklich halt auch so wirklich so ein Punkt ist, der auch in Nicht-Patch-Rack-Familien immer wieder eine Rolle spielt. Und mittlerweile muss man ganz klar sagen, wenn man den großen Redenden hört, dann ist das für ihn gerade so ein Punkt, wo er sich sehr freut, dass er so eine große Familie hat. Und zwar auf allen Seiten, auch bei seiner Mutter. Er hat ja nicht nur einen doofer Begriff, aber eine Stiefmutter ist es ja einfach jetzt, wenn man da die Begrifflichkeit nimmt, dazu gewonnen. Sondern er hat ja auch eine gesamte Stieffamilie dazu gewonnen. Das werde ich auch nie vergessen, wie der Älteste dann irgendwann zu Riekes Vater Opa gesagt hat. Und der ihn einfach nur mit großen Augen angeguckt hat und gar nicht wusste, wie er damit umgehen soll. Weil er in dem Moment natürlich dann einfach ausgewählt von einem schon älteren Kind zum Opa geworden ist. Das erste Mal. Das erste Mal, ja. Also das finde ich auch spannend, weil das Gefühl habe ich bei unserem auch. Also unserem Großen, der ist ja auch jetzt 15. Die ersten Jahre waren schwierig. Die waren insbesondere schwierig, weil er, glaube ich, einfach das Gefühl hatte, wo gehöre, also oder dieses Fragezeichen hatte, wo gehöre ich eigentlich hin? So, weil ich habe hier irgendwie einen Vater, der sich eine neue Familie aufbaut. Bin ich da eigentlich noch was wert? Ich glaube, das sind alles so Fragen, die ihn irgendwie umkreist haben. Und daneben eben eine Mutter, wo er alleine war, wo er natürlich dann irgendwie auch im Mittelpunkt stand. Wir haben dann zum Beispiel tatsächlich am Anfang so was wie einen Bestimmertag eingeführt. Also wir haben irgendwie überlegt und gesagt, okay, wie können wir ihm das Gefühl geben, er ist trotzdem noch total wichtig. Und wir sehen ihn und er durfte dann immer samstags quasi auswählen, was es für Essen gibt und die Aktivität, die wir an dem Tag machen. Und das hat ihm total gut getan. Und er hat sich total gefreut und haben irgendwann auch gesagt und das ausgeweitet auf, das ist eine Aktivität, die er dann irgendwann ganz alleine mit seinem Papa gemacht hat. Einfach, damit er merkt, mein Papa ist trotzdem weiterhin mein Papa und nicht irgendwie nur noch die Familie ist existent. Das ist natürlich auch eine Organisationsaufgabe, weil wir als neue Familie auch oft gedacht haben, eigentlich auch blöd, das so zu separieren, weil er soll ja hier auch in eine Familie reinwachsen, die zusammengehört. Und trotzdem war das für ihn ganz, ganz wichtig. Und jetzt ist er irgendwie 15 und kommt und man merkt, er genießt es total, dass die Kleinen ihn anhimmeln. Und dass da ganz, ganz, ganz viel Liebe kommt. Also sie drehen auch komplett durch, wenn er kommt, weil die ihn so lieben und alle hängen nur auf ihn. Das ist auch oft total nervig, glaube ich. Und gerade, wenn du das nicht gewohnt bist, dann bist du auch echt erschlagen davon. Aber man merkt auch, wie glücklich er oft zwischen seinen Geschwistern sitzt und dann auch irgendwie seinen Freunden erzählt. Ja, das sind alles meine Geschwister. Das ist schon cool irgendwie. Und man merkt irgendwie auch, und ich bin selber mit drei Geschwistern groß geworden. Ist ja auch schön, wenn du später einfach jemanden hast, unabhängig von Mama und Papa. Und das ist, ich denke, das wird bei euch nochmal anders sein, weil bei uns sind die Abstände relativ groß. Aber bei euren beiden Großen, die werden wahrscheinlich irgendwann zusammensitzen und einfach froh sein, dass sie sich haben. Und da wird es eben auf dem Papier so sein, dass sie unterschiedliche Mütter haben, aber sie sind Geschwister. Und da macht auch eben nichts aus, ob sie Halbgeschwister sind oder nicht. Und das ist schon schön, auch ein Gewinn. Das ist auch so eine Begrifflichkeit, die wir immer vermieden haben, Halbgeschwister. Ist ja auch richtig. Ich bin ja auch in einer Patchwork-Familie groß geworden. Ich habe vier Geschwister, es sind alles Halbgeschwister, aber ich habe das auch nie so genannt. Also es sind einfach meine Geschwister, mit zwei von den beiden bin ich zusammen groß geworden und habe mit denen in einem Haushalt gewohnt, mit den anderen beiden. Die sind bei ihrer Mutter groß geworden. Und ich bin total froh, dass ich die habe heute. Und ja, es sind eben meine Geschwister und das finde ich auch wichtig. Und das hat ja auch mein Ältester halt vorgelebt bekommen, auch von Rieke. Er hat ja mitbekommen, dass das wie eng Rieke mit ihren Halbgeschwistern halt verbandelt ist und dass es da keinen Unterschied gibt. Und das ist etwas, was auch immer deutlicher geworden ist, je älter er geworden ist. Dass er da mittlerweile auch keinen Unterschied mehr macht und halt auch wirklich diesen Benefit davon sieht, dass er so eine große Familie hat. Das ist ja auch schon was richtig Gutes. Er hat von drei Erwachsenen Onkels, Tanten, teilweise noch Großeltern, wenn sie leben. Also das ist natürlich etwas, was nicht jeder zu bieten hat. Hast du denn mal, Rieke, so Situationen erlebt, wo du das Gefühl hattest, du kommst in Schwierigkeiten, weil sich das Kind von Alex vor dich stellt und sagt, du bist aber nicht meine Mama? Oh, da muss ich überlegen. Ich glaube, die Situation hatten wir, nee, die Situation hatten wir nie. Ich habe auch, also ich habe immer ganz klargestellt, so ich will hier niemanden ersetzen. So und seine Mutter war und ist immer bei uns willkommen. Also wir haben immer eine offene Tür und da war ganz klar, ich bin eine ganz andere Person, habe eine ganz andere Rolle in dem Moment. Also klar erziehe ich irgendwie mit, wenn er bei uns ist und wir können uns auch prima streiten. Aber du bist ja nicht meine Mama, habe ich nie zu hören gekriegt. Wir haben eher die andere Seite immer mal wieder zu Hause zu hören bekommen, dass Rieke gesagt hat, ich bin zwar nicht deine Mutter, aber ich bin trotzdem für dich verantwortlich. Also das ist so ein Satz, der mir, der immer wieder mal aufgetreten ist. Also dass du das eher betont hast, ich bin zwar nicht deine Mutter, ja, aber ich bin trotzdem für dich verantwortlich. Aber das finde ich auch tatsächlich eine totale Herausforderung als Partnerin, die eben nicht leibliche Mutter ist, da das richtige Maß zu finden. Also so ging es mir oft, dass ich dachte, ich bin für dieses Kind verantwortlich, aber ich bin nicht die Mutter. Wie gehe ich damit um? Wie nimmt das Kind das wahr? Ja, also ich finde auch, dass das zum Beispiel, wenn wir Familienregeln haben, dann hat dieses Kind sich daran zu halten, auch wenn ich sie durchsetze. Und das ist so was, wo ich aber als Partnerin tatsächlich am Anfang gerade oft dachte, okay, das ist so eine Rolle, die man auch erst mal finden muss. Wo man sich auch irgendwie erst mal orientieren muss und gucken muss. Ja, wie finden wir da zusammen? Man muss sich auch an vielen Stellen halt auch sehr durchsetzen, vor allem am Anfang, weil da eben wieder dieses schlechte Gewissen so eine große Rolle gespielt hat. Und das hat schon viel Nerven auch gekostet. Und auch eine Gleichheit zwischen den Kindern herzustellen. Wenn ich mal ein schlechtes Gewissen hatte und versucht habe, dann das Wochenende bei uns für den Ältesten mit viel Freizeit und gut irgendwie zu gestalten, das ist natürlich etwas, was den anderen Kindern dann so nicht zur Verfügung stand. Und das ist auch etwas, was im Verlauf der Jahre bei dem Ältesten dann halt irgendwann so ins Bewusstsein gekommen ist, je häufiger er dann bei uns war. Mittlerweile ist er fast durchgängig bei uns, dass er am Anfang ganz erstaunt war, wie oft ich doch zum Beispiel im Nachtdienst oder am Wochenende arbeiten muss. Weil er vorher das nie so mitbekommen hatte, weil ich an den Wochenenden immer frei hatte, wenn er da war. Ja. Und wo er dann irgendwann verstanden hat, aha, meine Geschwister, die haben das eigentlich nie so gehabt, dass Papa so viel freie Zeit dann extra für die am Wochenende gehabt hat. Ja. Aber das ist ja auch schön, dass man so raushört bei euch, dass es ein wahnsinniger Prozess war, der nicht immer einfach war. Aber dass ihr so einen Weg gefunden habt, dass er das gefühlt total zu schätzen weiß, was das für eine Bereicherung für sein Leben auch ist, die sicherlich nicht immer einfach ist. Aber dass eben neben all den Herausforderungen und auch Aufgaben, die da irgendwie im Weg stehen, auch ganz viele Chancen und ganz viel Gewinn da ist einfach. Und das finde ich total schön, dass man mal so ein Beispiel hört, wie das als Patchwork-Familie wirklich gut funktionieren kann. Habt ihr Tipps, die ihr so geben könnt, wenn jetzt gerade einige unserer Hörer vielleicht vor der Situation stehen, jemanden kennengelernt zu haben oder vielleicht auch gerade zu einem vorhandenen Kind ein gemeinsames Kind dazugekommen ist, wie man am besten in so eine Patchwork-Familie hineinwächst, was man vielleicht nicht tun sollte? Könnt ihr den Hörern etwas mitgeben? Ich glaube, es ist immer wichtig, dass man sich wohlfühlt mit seinen Entscheidungen. Ich glaube, wir haben häufiger mal so Ideen gehabt, wie wir was umsetzen können, die wir dann aber auch nicht umgesetzt haben. Und es ist trotzdem nichts Schlimmes bei rumgekommen. Also wir haben viel nach dem Bauchgefühl wirklich einfach gemacht und haben einfach gehandelt und getan. Haben uns manchmal halt auch herzhaft gestritten über manche Themen und haben dann aber auch wieder dann einfach eine gemeinsame Entscheidung getroffen. Und ich glaube, das ist halt auch nochmal was ganz Wichtiges, dass man, dass man die Regeln in so einer Patchwork-Familie versucht, so gut wie möglich gemeinsam irgendwie zu gestalten. Und halt immer im Gespräch zu bleiben und auch mal wieder Ideen über den Haufen werfen zu können, weil es einfach schiefgelaufen ist. Oder man auch einfach keine Zeit hat. Auch das. Und weil sich ja auch oft die Umgebungssituation ändert oder die Ausgangssituation. Also, dass man im Grunde genommen auch merkt, wenn sich plötzlich dieses Kind, das eben mit in die Familie gekommen ist, entscheidet und sagt, ich will gar nicht mehr so oft kommen oder ich will häufiger kommen, dann ändert sich ja auch alles. Dass man so eine gewisse Flexibilität sich bewahrt und sagt, es ist eine besondere Familiensituation und wir müssen halt uns immer wieder austarieren und gucken, wo stehen wir, wo wollen wir gemeinsam mit allen hin und dann eben gemeinsam Wege findet. Ja, vielen Dank, dass ihr uns heute so ausführlich darüber berichtet habt. Ich glaube, dass es sehr viele Anregungen gab, wie man Patchwork gut umsetzen kann. Wir hoffen, dass auch euch die Folge gefallen hat. Teilt sie auch gerne mit euren Bekannten, Freunden und Familienmitgliedern. Vielleicht nehmt ihr den einen oder anderen Tipp dann auch mit, falls ihr gerade in so einer Situation seid. Abonniert auch gerne den Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis bald. Tschüss. 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 Tschüss.